Es fließt doch genauso runter wie vorher. Du müsst da mal Relog machen. Nee, das hilft nicht. Das hilft nicht, das sieht immer genauso beschissen aus. Huch, wie vorher. Also bei mir ist es weg. Fuck. Also bei mir fließt die Lava noch munter nach unten. Bei mir auch. Bei mir hängt die oben sogar noch drinnen. Ganz im Teil bei mir auch. Marcel lügt mal wieder. Na gut, der hat auch X-Ray an. Also der sieht sowieso alles. Ey, wisst du was ich heute gekommen habe? Ein Spam-Bot. Was ist denn Ding? Spam-Bot. Hä? Und wofür ist der? Der App. Willst du es euch zeigen? Nein. Für Minecraft oder was jetzt? Alles. Hä? Skype, Minecraft. Achso, stimmt. Du wolltest ja verbannt werden und so, ne? Hab ich gehört. Ach, Marcel, das scheiß leckt einfach nur. Ja, das Wasser verschwindet jetzt auch. Stimmt, das leckt so sehr, dass ich schon ein Frame verloren hab. Ich hab's nur noch 59. Kannst das wagen. Loll, ich seh gar nicht mal, wo ich flieg. Boom. Alter, Marcel, du nervst. Wasser ist weg und die Lagerung. Geh' dich in deinen scheiß Schrank verpissen. Geht ja gleich. Glück. Und Marcel, hör auf, mein Haus zu zerstören. Oh, jetzt lässt du mich durchfallen. Nee, okay. Kannst du jetzt mal aufhören damit? Das ist mein Haus, sonst bist du gleich wieder die Opel, wenn du mein Haus zerstörst. Das hab ich mit viel Liebe gebaut. Ach ja, ich hab mich einer von Felix rechnen, dann lässt du mich erinnern. Ja, so gut. Oh mein Gott, Sepp, nein. Ich muss auch Sepp damit voll spammen. Ist aber jetzt eigentlich verboten, was er macht, oder? Ich bin auch wieder verlangsamt. Mann! Ist doch eigentlich verboten, was er jetzt macht. Ja, was hast du auch gemacht, ne? Ah, eigentlich hat er recht. Ich hab aber nicht getrollt. Ich war ja noch im Spiel. Ja schon, aber es war nicht danach. Das hat ja damit nicht zu tun. Alter Marcel, gell. Das sind nur Schwächertränke. Ah, stimmt. Weißt du, dann schafft man es einmal dahinter und dann verkackt man es nicht. Och, du bist so ein Arschloch, gell. Geht's euch auf. Bäm. Oh, ich kann Marcel nicht mal die hoppen. Fuck, warum? Das war ich nicht. Pschuh. Fuck. Du hättest hier nicht anhalten müssen, wenn du gleich zuerst verkackst hier. Marcel, ich hätt' jetzt Kacksen rum, mach die mal tot. Wo machst du jetzt schon wieder? Ah, da oben, ey. Direkt über uns, mach da ne Katzenbombe. Hä? 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 Äh, ja. Irgendwie kein Fallschart. Nee, das sind Katzen. Hä? Ich will nicht mal sehen, wie ich ne Katze hier aus der Etage rausschmeiße und die noch überlebt. Hm. Die Wahrscheinlichkeit, dass es überlebt ist, ist eher gering. Und wenn du diese Katze aus dem Fenster wirfst, dann werf ich dich gleich näher. Hä? Warum mich hinterher? Weil du dich wirklich mehr wert bist, als dieses Kätzchen. Fick dich. Also, also auch, dass du also auch aus dem Fenster fliegen kannst. Dann können wir auch mal testen, ob du das überlebst oder nicht. Na, ich weiß ja schon vorhinein, dass ich Superman bin und das überlebt. Ja, bist ja ganz sicher, ja. Lass uns das mal... Hat ja jemand irgendwas zum Lecken gebracht? Nö. Was für den Sprung hast du verkackt, ja? Ich war beim letzten. Das ist richtig ärgerlich. Dann hat irgendwas angefangen durchs... zum Lecken, alter. Ja. Hm. Man, ey, das runterfallen geht einem sowas von auf'n Nerv. Auf'n Nerv geht's, seit dem Marcel in Gamer des Legs... Das ist ja egal, man fällt andauernd nur runter. Das geht mir auf den Zack, wenn man jedes Mal wieder blieben drücken muss oder so. Sag mal, Felix, welches Bett hast du eigentlich genutzt? Ach, guck mal, jetzt hab ich einen riesen Steinrand. Das hier rechts. Das hier gar nicht rechts. Gut, da kann ich dich ja zerstören, ja. Ja. Ah, ich hab'n Bett gesetzt. Hoffe ich mal. Ne, da steht nichts. Ach, verdammt. Hey, bin Felix! Hallo. Was, ey, glitscht hier voll im Boden rum? Ja klar, kompistig. Mit was hat er dich jetzt beworfen, Sepp? Schwäche. Hä? Schwäche. Weiß nix weltbewegendes. Manu. Manu. Was bringt Regeneration? Du regenerierst dich. Was ist denn sonst der Sinn von Regeneration? Ne, weil er dich mit Regeneration... Jo, hat sich Spaß macht anscheinend. Man. Sepp weißt du, dein Haus ist eigentlich voll geil. Ja, sag ich doch. Es ist sehr kreativ und wunderschön, wie ich finde. Du wirst sehen, was ich gleich damit machen werde. Irgendwelche Scheiße wahrscheinlich. Oh Gott. Es wird ja lustig, wenn ich spawne. Toll. Hui, boop. Och, alter, was hast du jetzt gemacht Marcel? Gar nichts. Ne, es fängt einfach mitten im Spiel. Leute, die Kugel fliegt mir hinterher. Hast du mir wieder in Türchen gesetzt? Ja, damit's schon drinnen bleibt. Damit's schon drinnen bleibt. Hey, ich hab da ne Kugel mitgenommen. Boah, Marsch! Och, wieso leckt denn das einmal an einen scheiß Stelle? Leute, die Kugel einfach mit drunter fallen. Du bist ja voller Erfahrung. Ja, ich bin voller Erfahrung. Ich weiß alles. Das sind wenige Dinge gemacht hast du. Boah, das geht mir jetzt auf den Sack ey. Spring das jetzt in Game Mode. Sepp, meine Verwandten wissen dich. Hä? Ey, Sepp, das ist Cheaten. Ich hab grad gesagt, ich hab keinen Bock mehr runter zu fallen. Das ist blöde. Das ist egal. Trotzdem ist das Cheaten. Wir dürfen das auch nicht machen. Na dann mach doch einfach. Wir dürfen das auch nicht machen. Wieso denn? Das soll doch deswegen runter fliegen, damit ich nicht andau und wieder respawnen muss, weil das leckt dann immer voll. Ja, ich hab aber keine Rechte. Dann tue ich das zu Rechte. Nein, du hast mir schon wieder weggenommen. Oder Marcel? Nee, Marcel hast mir grad weggenommen. Finde ich aber praktischer, weil dann muss man nicht andau und runter fallen. Und das geht mir einfach auf den Nerv, wenn man die ganze Zeit runter fällt. Na dann gib mir mal Rechte, dass ich das auch machen kann. Huch. So. Alter Marcel. Ich geh unten alle rausglitschen. Oh, jetzt ist das Haus zu. Wartet mal, ich reinne mal kurz. Oh, ich seh dir nischt. Fuck. Och, Alter, wie die einfach hier nur runterfallen. Bist'n du, Felix? Hier, hinter dir. Ach, hier. Du musst mal unten gucken, Alter. Alter Felix! Du hast uns ja auch sehen gemacht. Felix, du sollst springen. Mach ich doch. Ja, dann spring auch. Das ist ja nur, weil's übelst lag. Alter Felix. Fuck. Ja, dann reinige doch mal hier drinnen. Ja, mach ich doch gleich. Halt, wo sind da dran los, ey? Ganz viele Hühnchen. Ich hab schon die Hälfte getötet. Ja. Sepp, äh Felix, ja auch. Darfst hier nichts cheaten. Ja, das ist auch wieder wahr. Aber trotzdem nervt das. Ja, das ist ja die Aufgabe. Der, der fertig ist. Soll treu, ne? Soll nicht, aber... Also, bei mir leckt's kein bisschen. Ich hab noch 160 Frames. Muss ich gleich mal gucken. Platz hab ich noch. Ah, okay. Mann. Und... Alter, wie die auch ausglitschen. Ja, ich seh's. Och, welcher... Ah, ne. Ich soll sagen, wer hat mein Bett kaputt macht, aber... Eben. Was interessiert sich das noch? Alter, jetzt schau ich nicht mal mal bis dahinter, gell? Ich find mein Rhythmus nicht mehr. Der kann mir... Alter Felix. Der ist halb, können wir jetzt aufhören? Ja, wir noch. Wenn ich denn mit der Challenge hätte, noch fertig wäre. Ja. Huch. Alter Felix! Alter Felix, gell. Oh, sind schneidige Tote. Ach, alle. Fick hat seine gekriegt. Ja. Fick so außerdem kein Alter mehr, Gell, Seb. Ist mir doch egal, ich brauche nicht mehr spawnen. Mein Gott, er hat mein Alter zerstört! Boah, er hat von ihm das gegackert, geht ja auch er nur voll um den Nerv. Alter Felix! Du sollt springen! Man! Alter Felix! Ist das auf die Halle-Methode? Wie viel Crap liegt denn hier drin? Halt, ich hab fast ein Stack voller Fleisch. Hab 23 Erfahrungspunkte jetzt, weil ich die Scheiße bekomme. Vier! Mein Marcel, es wird hier nicht gesprengt. Nicht bei unserem... Ne, in unserer Nähe. Auch wenn wir ein Game-Ort sind. Boah, was für eine Scheiße! Komm schon! Marcel, da fliegt übrigens noch Lava nach unten. Ja, eben. Ja. Ein paar sind noch übrig geblieben. Guck mal. Mooo! 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 Trotteln Ahaha Felix, Idiot, hast du die mal aufgemacht. Du bist so dumm. Hab ich nicht. Doch. Moi, wie sie so scheiße Tschentschers hier. Ah Felix. Oh nein! Das ist gut, wie weit hinten. Wie weit hinten? Ende wollte ich sagen. Ohhhh. Immer so gut wie am Ende. Macht nett eigentlich. Macht Spaß. Ja macht's. Baut doch was schönes. Ja mach ich doch. Ich spreng mich immer selbst in die Luft. Das ist nicht wirklich schön. Ja, aber sich in die Luft sprengen macht Spaß. Machen wir das nochmal. Machen wir nochmal einen Block hin. Oh, Nazi. Moi, das gibt's hier nicht. Ja, er bombe sich auch grad zu. Oh, Marcel, das geht doch schon wieder kaputt hier alles. Oder? Bäm 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 bäm. Boah, noch geilere Idee. Alter, die Challenge ist zum Kotzen, ey. Hast du grad Monster gespawnt? Ne. Geil. Alter, das kann nicht wahr sein. Huch. Das sieht geil aus. Was hast du jetzt anders gemacht als sonst? Ich hab den Schornstein noch gefüllt. Achso. Den Schornstein. Jetzt hab ich sogar einen Schornstein immer im Häuschen. Das ist ja schön. Ja, Sepp, du hast einen einzelnen Luxus. Ja, merk schon. Ja, habt's. Schade. Kaputt kriegst du es nicht. Das ist ein unkaputtbar Haus. Zumindest mit Sprengstoff. Ist also gut für, äh, Kriegesregionen. Oh nein! Ich hasse diese Ecke, ey. Warum muss man denn da unbedingt unterbrechen? Das ist, glaub ich, keine gute Idee, Marcel. Ja, das ist schon besser. Jetzt, 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 lass. Das ist ein komischer Schornstein. Das ist ein richtig blöder Schornstein. Felix, du bist so richtig dumm. Alter, ist der dumm. Felix, hör auf. So, wieder Felix, geschehen. Das war ein Geschwindigkeitsdrank, das hab ich auch gesehen. Das war ein Geschwindigkeitsdrank, das hab ich auch gesehen. Eie, ja. Ja, guck, gib ihm kein Creative, sonst cheatet er. Ah, ja. Klar.